Wir kommen zu einem Sondermodell von Montblanc, und zwar 90 Jahre Meisterstück. Das war 2014. Und zwar geht es dabei um ein 146er Montblanc in der Jubiläumsausgabe mit einer Feder in Rotgold. Man darf jetzt allerdings nicht glauben, dass dieses Modell 90-jähriges Jubiläum feiert. Es ist nur der Name Meisterstück. Vorher sah das Meisterstück so aus, das Originalmeisterstück aus den 20er Jahren. Sehen wir gleich in einem kurzen Video. Dort stellt Thomas Watkinson ein Meisterstück in der Originalform vor. Also, wenn wir uns jetzt diesen Füllhalter hier betrachten, geht es um das Jubiläum der Edition Meisterstück. Die Form dieses Modelles hier, diese typische Montblanc-Form, die heute unter dem Namen Meisterstück verkauft wird, und die wurde im Jahr 1949 entwickelt. Bis dahin kam das Meisterstück in dieser Ausführung ab 1949. In dieser Ausführung. Wir gucken uns das aus der Nähe an. Hier können wir drei Montblanc-Forms von verschiedenen Zeiten aussehen. Wir haben zwei Montblanc 146 von den 80ern. Und wir haben eine neue Modell, die 19th Anniversary Modell. Und wir werden eine näher sehen, dass wir alle von ihnen auf jeden Fall sehen. Die größte Unterschiede in den verschiedenen Modellen ist, dass wir auf einem Pen aus den 80ern haben wir kein Serialnummer. Das ist ein 35er Meisterstück aus dem Ende der 20er Jahre. An sich schon ein sehr besonderer Füller. Hier sind zwei große Besonderheiten dran. Einmal ist es der originale Schlangenclip. Bei Samlan sehr, sehr gesucht. Let's take a look at the Montblanc 146 from the early 80s. This one says Montblanc number 146. We take a look at the pen from the mid 80s. It says Meisterstück 146 and we take a look at the 19th anniversary model and it just says Montblanc Meisterstück. Let's take a look at the close-up of the different nibs. We have here an extra fine nib from the mid 80s and as you can see this is a red gold nib. We got the standard gold nib from the early 80s and we got the standard gold nib from the early 80s and here is the anniversary model, also a red gold nib. As you can see the form of the barrel hasn't changed over the years. And now the anniversary model, the model from the early 80s. Now the extra fine nib, oh, we have to feel this from the mid 80s, the extra fine nib. And now the other 20x hot nib is in the mid 90s, all in the mid 80s. So this is the only one 20x hot funny. This is the model is going to break the precision in the air of theoks. Now the parties are going to break the champs up in the middle and we have to be able to explore that need in them. Vielen Dank.